Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Guten Vorteil hat's ja. Sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschutzverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit. Du hast mir ein tolles Leben versprochen. Das ist es nicht. Selby, du hast ja recht. Ich weiß, aber ich weiß nicht. Gar nichts verstehst du. Nicht mal, als ich dir gesagt habe, dass ich fast verhungert bin, hast du was unternommen. Ich dachte, dass ich vielleicht... Du nutzt mich einfach immer nur aus. Nein, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Du nutzt mich nur aus. Das stimmt nicht, Selby. Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Und, wunderbar süß. Dann fixiert das Flur? Er hält dieobjection? Er steht auf dem preoccup.